Jo, hier ist Mr. Mike und die Family, die Ceyla und die Tia und wir machen im Wohnzimmer-Freiwurf-Challenge und ja, jeder macht zehn. Ja, du sagst, der aus der Tia, Tia ist noch nicht so, aber sie ist noch nicht so fit, sie muss noch ein bisschen üben. Ja, jedenfalls Ceyla fängt an, Ceyla hat hier eine Markierung, Ceyla ist natürlich auch näher hin, ich bin ein bisschen weiter weg, den tun wir hier hin. Okay, los geht's. Okay, meine Kinder sind immer ein bisschen gefährlich, weil Kinder wollen immer das, was sie nicht haben, deshalb will die Kleine immer den Ball, wenn sie groß haben und ja, dafür kann die Kleine hier rutschen. Okay, du machst jetzt hier, Schiedsrichter, und los geht's, zehn Stück. Kommst du jetzt halt so gut auf jeden Fall, das ist sehr wichtig. Zwei Reise. Okay. Wow, eins, eins, nicht schlecht. Oh, ja, ja. Eins, zwei. Ja, Ablenkung ist überall. Hier ist Ablenkung, da ist Ablenkung. Zwei Reise. Okay, eins, zwei. Du bist die größte Ablenkung gerade. Wow, zwei, drei. Nicht schlecht. Wow, drei, vier. Man sieht schon, die Ceyla ist ein lefty. Linkshänder, sehr gut macht's fast. Zwei. Wow, das gibt's ja nicht. Du bist, glaube ich, schon ein bisschen zu nah. Hey, 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 hey. Nicht die Fenster. Ich bin nicht zu nah. Nein, du bist schon zu gut, dass du so weißt, so nah bist. Artya. Äh, was, wie viel steht's? Vier, fünf? Ja. Mann, das gibt's ja nicht. Das hilft ja fast alles. Okay, weiter geht's. Hier, kommst du hin. Äh, vier, sechs. Oh, oh. Hier, du musst doch hier gucken, es ist spannend. Vier, sechs. Kannst du mir die Ferse bitte ausmachen? Das denkt mich zu sehr. Oh. Der Grinch. Vier, sechs. Oh mein Gott, vier, sechs. Mike, sei leise. Vergiss es nicht. Sei leise. Okay. Oh mein Gott, das will der Ganzen schließen. Ah, ja, ja, ja. Fünf, sieben. Das gibt's ja nicht. Die Kläfte auch nicht. Sechs, acht. Sechs, acht. Okay, Bibi, Lenkab. Ablenken. Los. Komm schon. Oh ja, oh mein Gott. Sechs, acht. Los, komm schon. Oh ja, das ist schwierig so. Okay. Sechs, neun. Einen hast du noch. Und hier, sei noch nicht weg da. Komm. Los, mach. Den kann ich auch schaffen. Mach doch einfach. Alter, helse. Oh. Sieben, zehn. Nur drei daneben. Okay. Hust du mit an den Balls und muss ich mal aufstehen? Ja. Okay, los geht's. Guck genau hin, oh mein Gott. Jetzt steht's vor der Kamera. Immer noch. Siehen wir den Korb? Nein, ich muss noch werfen. Man sieht den Korb. Das ist'n das. Oh mein Gott. Wie schlecht war'n das? Ich bin ja total, gar kein Touchdowner. Jetzt sieben wir mich nicht. Ups. Hey Taylor, du gibst dich am Boden. Eins, zwei. Oh mein Gott, der erste war so schlecht. Der erste war so schlecht. Zwei, drei. Ja. Zwei, drei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, swish. Drei, vier. Oh mein Gott. Vier, fünf. Oh mein Gott, was war das? Ich bin total. Oh mein Gott, mein Händchen. Oh mein Händchen. Dein Händchen? Ja. Fünf, sieben. Heißt, fünf, sieben? Ja. Sechs, acht. Tia. Äh, sieben, neun. Ja. Jetzt? Ja. Ich hab' noch mehr verworfen. Nein. Ich glaub' mir musstest du dich an mir verzählen. Okay. Sieben, zehn. Gleichstand. Ich hab' auch. Ich glaube auch. Du hast doch nur sechs gehabt. Nein, ich hab' sieben. Den letzten Wurf hatte ich nämlich noch. Okay. Ich hab' schon wieder nicht richtig weggezählt. Okay, ein Rewarsch noch mal. Einmal noch. Weil Gleichstand ist ja doof. Es muss einen Sieger geben. Ja, wir müssen einen Sieger geben. Noch mal. Irgendwo bin ich verzählt. Darf ich gleich noch was weiter gucken? Gleich. Hey, wer? Ja, wenn du gewinnt, darfst du. Los, wir. Ja, sie denkt doch. Los, mach das einfach. Los, los, los. Scheiße, sieben. Jeyla. So geht's auch. Das fand ich ganz wunderbar, Jeyla. Los. Boah. Zieh ab. Eins, eins. Halt. Zwei, zwei. Drei. Das gibt's ja. Das ist viel zu nah. Nein. Auf. Vier. Das ist zu nah. Nein. Nein. War schon gut. Ja. Wow. So, ich hab's vier, vier. Jetzt komm. Das gibt's ja. Hey! Hey! Was machst du? Verlückte Nudeln. Die Fernbedienung. Die Fernbedienung. Fünf, fünf. Ja, lass die liegen. Los, weiter, weiter. Nicht wieder dahinter. Nein. Auf. Fünf, fünf. Fünf, fünf. Das gibt's ja nicht. Die trifft alles. Wuhu. 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 Das wären noch nicht die perfekten Zehn. Nein. Nein, nein. Das wären noch nicht die perfekten Zehn. Boah, jetzt ist der Druck aber gewaltig. Zehn von Zehn. Nein, nein. Das sind hundert von Zehn. Leise, bitte. Jetzt musst du wirklich dich voll konzentrieren. Tja. Hey. Jetzt ist die. Nein. Ja, aber gut. Neun von Zehn. Oh mein Gott. Das ist fast unmöglich, das ein zu holen. Neun von Zehn. Ich hab zwei Punkte schwer. Boah. Wie, du hast nur einen verworfen. Krass. Ja. Ich hab jetzt schon. Oh mein Gott, das ist zu viel Druck. Eins, zwei. Oh mein Gott. Zwei, drei. Jetzt kommt er tatsächlich an. Das gibt's nicht. Ich hab's schon für neun. Zwei, drei. Zwei, vier. Danke. Mal gucken, alles gibt's. Drei, fünf. Drei, fünf. Oh. Vier, sechs. Voll verkackt. Fünf, zehn. Sechs, acht. Ach, schade. Jetzt ist er da, der Quatsch. Jetzt ist er da. Sieben, neun. Sieben, neun. Oh, schau, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Äh. A. C. Achtzehn. Ist schon. Zwei, neun. Ey, Mann, du darfst nicht mehr werden. Ja, okay. Hast eh gewonnen. Kannst ihr nicht mehr gewinnen. Okay, das war's dann wieder. Also, ja, sie hat gewonnen, habt ihr gesehen. War schon nicht schlecht. Neun von zehn. Aber nächstes Mal muss er weiter weg. Sie ist zu gut dafür. Jetzt habe ich geübt. Jede Nacht übt die. Kommt hier rein, wenn ich schlafe. Und das ist ja gut. Ja. Na ja. Vielen Dank fürs Zugucken. Einmal ist der Mike, die Jayla und die Tia. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.